Was soll man im Ballstall unbedingt gesehen haben? Ich denke, das ist besonders eine Sehenswürdigkeit für den ganzen Naturparktal mit der wunderschönen Natur, den wir hier haben und den Schlösser zeigen können und das interessante Museum besuchen können. Das ideale Souvenir des Ballstuhls ist ein Talerkorb mit den regionalen Produkten, die auch den Naturparktal vertreibt. Damit man von den Leuten vom Tal selber gemachte Produkte kaufen kann. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017